3 mit kelle auf insel kark keller hat eine premium idee das ist eine premium idee und stehe ich beim flugzeug oder so was willst du dich denn hinsetzen oh ja hast die öltanker da außen gesehen sie ist auf dem map ja meins oh mein gott das können die klappen ist das eine geile idee oder ist das eine geile idee das ist eine hammergeile idee ich habe nur im flug gefährt jets sind gerade alle unterwegs warum kann man da mit dem boot hin weißt du das habe ich keine ahnung ja da könntest du die ganze küste mit da müsstest du im blick haben c und d d nicht doch ja ich ja ich fliegt die haben nein was sie dann noch landen können die ja eher nicht so das funktionen bild feier mein leben würde mich nicht wundern wenn er gleich 50 leute oder so sitzen da muss doch schon mal irgendwer anders drauf gekommen sein ich kann mir nicht vorstellen das ist eben das ist klar beim landen ja da ist keine nirgendwo neben der fläche da kannst du nicht landen oder was das kann eben der fläche da rutscht einfach weg natürlich örgerlich da kannst du denn überhaupt stehen ja das kann man das weise ich habe und lage läufig kelle sollte ich mich vorne hin oder oben ganz oben drauf wird natürlich noch gelassen dass wir mehr überblick ja und die distanz ist halt nur ein bisschen größer einmal ganz oben ob so hoch sind die distanzen von da noch gar nicht oder ja richtig e und c ist auf jeden fall im blick kann jetzt mal ein panzer auswärts bauen achtung ich habe einen feindlichen set gesichtet over ich glaube da darf man nicht drauf stehen aber du bist gestorben einfach hinweg gekippt ja genau das war mein gedanke stellen wir das boot mal irgendwo hin ein bisschen weiter aus und dann du kannst ja ans geschützt gehen weißt du okay da dürfen wir nicht zu dicht ran ja richtig gut dann wissen wir das aber wir das machen wir setzt sich gleich ans geschützt und du gehst als sniper da rein wo wir sind auch so richtig böse kämpfer ne hallo ist battlefield es ist echt so das war auch nur wirklich ja wenn wir dann nachher stehen und ballern ja nachher stehen wir da mit dem man das ist am besten so dass wir bei c irgendwie gucken können oder so nicht zu dicht daran kelle so sieht gut aus ja da hinten läuft schon einer und wir wurden glaube ich gesichtet kelle hast du bei c das ist ein sniper auf jeden fall der da liegt kommt's auch ran oh 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 auf mich ich bin rausgekippt ich bin im wasser älter oh tot sniper ist keine gute idee ja vor allem ich kann mein zweibein dann zu auffällig das ist das problem ja dann tut der typ aber bei c sein zweibein aufgebaut ja dann komm lass mal irgendwo hinfahren ich bin bei dir ich bin bei dir oh ne dann war es das andere kollege ich war irgendwo mit dem auto hin mal sehen sks offene visierung wetten ne 3,4 facher zoom wow geil unterschied ja kelle fährt wieder ganz außen rum alles da schießt das auf mich ach die viper ne oh ja viper entdeckt me das ist keine gute idee wegen weiterfahren hä was hat das denn jetzt what the fuck oh oben sitzt einer auf einer plattform irgendein ganz ganz hohes gebäude sitzt oben einer drauf ich weiß wo und dann kam die little bird ach man ach ja der tower bei e ne ja ja ganz große tower ich hab den gesehen der hole ich auch gleich runter wenn tugung mir äh mag die map eigentlich gar nicht mal so gern ich auch nicht irgendwie zu camperlastig genau und vor allem die helis sind hier so op ne du hast ja einfach nirgendwo schutz durch bäumen und so ne du hast dich nämlich gesetzt ja äh außerdem der lil bird hat äh boom 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 äh der schützt gleich ab auf vom auf ach mit mit äußerster vorsicht vor rücken auf auf max oh dead op little bird ok der 07 bei dir läuft ja auch ja die lil bird verfolgt mich wie geht schon wieder meine richtung weil ich mich zu dir da oben gesehen mit dem tank ja du musst erst mal hinkommen hier steht auch kein buggy Hier Buggy. Komm, kein Boot, kein Buggy, ja nichts. Das ist äh... Nice. Schießt denn da auf mich, verdammte Scheiße. Hä? Ich check's nicht. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Oh nein, du... Gitzah! Oh nein, der wirklich getroffen ist. Der weiß noch nicht, dass ich keine Katze-Mission jetzt hier starte. Oh mann. Der Heli. Oh, die Viper. Alter, schockt das nicht, diese Map. Die ganzen Luft-Scheiße ist OP. Ja, auf dieser Map tatsächlich, ja. Komm ich da rüber? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Äh, ne. Bei war schon wieder viel. Ach, schockt. Ach, schockt. Wir haben das Einsatzziel neutralisiert. Ich wiederhole, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Over. Feindliche Einwahl. In einem Gebiet. Wir rücken mit äußerst der Vorsicht weiter vor. Over. Jetzt weiß er bescheiden. Ach, das Einsatz ist in der Aufweiterung. Ich sollte Angst haben. Hilfe bei Kill 92, jawoll. Ach, C4. Ah, da wollt ihr mich messen. Oh, und G18 reicht nicht. Kelle 09. Och, fuck. Ich bin nicht mein letzter damit. Oh, Kelle. Viper. Wie, Herr Wock. Äh, Kelle? Wie machen wir das jetzt? Ja. Ich, ich geh raus. Ja, bin drin. Okay, go, go. Aber, schön am Spawn hier ein bisschen aufhalten, ne? Okay. Das Ding, das halten wir jetzt. Das ist unser. Bis zum Rundenende. Ab gerade den feindlichen Panzergesicht ist over. Bei den Sniper will ich da wegmachen. Oh, weil wir haben ihn getroffen. Wir, wir gehen zu weit nach vorne. Ja, ist, ist besser so. Ja, ist, ist besser so. Ja, äh. Wir haben den feindlichen Zug ab der Gesicht, in Dover. Wir gehen auch mal schon nach vorne. Kelle! Runter, 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 runter! Au! Holy shit. Ich glaub wir sind zu weit vom Spawn weg. Wir müssen näher am Spawn. Nein. Ich bin nicht Repairer, so wie... Ach so. Okay. Du musst eh Crash Landing. Nice Kelle. Kann man natürlich auch mal machen. Ah, das war doch vorher, dass du Repair... Nicht Repair Maka, weiß ich nicht. Hey, hier ist Tank und so. Aber Tank-Action, äh, steckt Bobby ein. Ja, egal. Squad-Made, Mixer... Weiß ja, was wir machen und so. Ach so. Ja, komm lass mich da rauf. Lass mich da rauf! Komm nicht auf den Tank rauf. Ich komm! Ja! Go, go! Go, go! Power Ranger! Denk dran, ich bin immer noch kein Weeper. Loll, ich fahre und heiße. Ja, ich seh's. Okay, man, B. Komm nicht. Komm nicht. Mir ist ein E-Gord. Okay. Komm nicht. Fass nicht, ne? Kaufen wir die Steigung, ne? Ja. 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 Ach, wie gesagt. Ja. Ja. Auf jeden. Komm mal FB rauf, ne? Ja. Uuuuiiii. Wow. Ja, na, passt. Von hinter uns. Ah. Ich seh'n. Ist tot. Ich komm nicht vorbei. Ah. Gut, wir müssen aufsteigen. Was? Fahrrad überwacht. Mit äußerst der Vorsicht weiter vor. Over. Hallo. In eurem Gebiet ist ein feindlicher Sniper. Achtung. In eurem Gebiet ist ein feindlicher Sniper. Oh ja. Mit äußerst der Vorsicht weiter vor. Over. Ich hab meinen Zeug, wenn wir nicht aufstellen. Kann wir den, äh, Spot auch nicht einnehmen. Jetzt erst. Ja, muss jetzt nicht. ist er schon beschossen? no no oh jetzt och maaaannn da muss er das 2x nicht so umstellen nice hacker wie sie tun oder wen werde ich aber nicht najaaa M98B Headshot oh das hat über 10 Jahre gedauert ja dann machen wir hier online nnen 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 ich hasse Karte das ist so eine Piss ja hab ich eigentlich immer noch nur gekillt Hölfe Ball Kill 92 nooo und 0,12 Kelle was Panzer und Flugzeuge raus aus dem Spiel und du hast ihn immer noch auf jeden Fall oh ja oh ja Ah, ne, 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 come on, rocket team. Morgens. No. Na, die Runden spielen wir noch zu Ende. Na gut. Wenn du umhütten willst, oh mein Gott. Alarm. Hallo, Panzer. Einfach mal mit dem Panzer reingelaufen, ich will den nächsten. Ach, komm. Heiß drauf. Oh, voll schön besser. Äh, ja. Alter. Alles klar. Krass. Oh, Mann, weil ich kann nur den... Oh Gott, ich bleib an den... ...ingenswandt hängen, ist klar. Hier, hier. Was? Der Tank. Ja, no. Und tot. Oh, ja. Und das hat sich umspawn. Niiiice. Wir sind alle erledigt. Ja, ist klar. Ah fuck, ich bin ja gerade gar kein... Oh wie shit. Ich bin ja gerade gar nicht am snipen. Man hat einen feindlichen MG-Schützen in Ordnung. Ja, ähm... Hab ich meinen Flanker mal schön, äh... Mapp ist so scheiße, alter. Ich will für'n Jet auch... Ich will für'n Jet auch so geile Ausrüstung haben, wie... Paketen und all so'n Kack, aber ich hab nur diese... behinderten zielsuchende Kacke da und äh... das behinderte MG, was eh nichts kann. Das ist ein schwereres MG. Boah! Oh. Oh. Wo war die, ist lustig, ein wo war die, ist das denn? Hilfe bei kill 50, na geil. Oh lol, der genische Leber ist da gelandet. Und heute haben wir noch voll getroffen worden. Vielleicht kann das Schimmler Kelle in seiner Perfektion wiedergeben. Haha, ich seh da hinten ne Kelle mit nem Boot. Oh shit, optimal. Wo kannst du denn jetzt rauf snipen? Ah. Ok. Ok. Mal eben kurz angucken wie weit. Das ist wieder zu treffen. Ah, ich kann auch ein bisschen dichter noch fahren. Wuscht noch vor höheren Langlauf. Nein, M16A3. Ah, da machst du auch mit der KH2002 nix. Die M16A3 ist und bleibt einfach zu OP. Müssen sie patchen, immer noch. Steht nicht anders. Ich könnte deren Sporen abschimmeln. Pfff. Wenn wir sie bei A zurückgedrängt hätten, dann könnte ich die ganze Zeit richtig wegbumsen. Was ist da oben einer auf dem Dach drauf oder wat? Ist da oben einer auf dem Dach drauf oder wat? Und in der Bude sitzt er nicht. Und in der Bude sitzt er nicht. Und in der Bude sitzt er nicht. Ich bin nicht bei Astro. Ich bin voll nice und so. Ich hab mich nicht gesehen. Ich werde die natürlich jetzt von innen bestimmt ficken. Oh, ne. Jet, äh. Ah, Panzer. Hast du mich nicht gesehen. Oh, Keller. 1,16. Bei dir läuft ja auch steil, ne? Genau. Oh, geil. Ich will nicht aerobern. Keiner soll wissen, dass ich bei A bin. Ich will nicht aerobern. Lauf. Nein. Ich hab eroberigen A. Steht die bei? Mann. Achtung an alle Soldaten! Das Einsatzziel wurde neutralisiert. Oh, gut. Läuft der O, da? Ich. Mann ey, jetzt. Wie flieg ich hier noch auf? Ja, ich tu was fürs Team. Ja, äh, Vorsicht, hab nen feindlichen Snack bei Segel. Und ob du nur mit deiner 1 16 mal in 100 Runden kill machst oder nicht, das spielt keine Rolle. Ehe nur im Gegner. Alle bei C und D. Ja, bei D. Zwischen D und E waren sie eben alle. Ja, Viper. Ah, die Opfer, Viper. G, Sterb. Ne, das ist der Little Bird. Ja, der Little Bird. Oh. Fahrzeuge, Flugzeuge, zu OP, Alter. Es ist einfach so nervig. Wenn, oh, wenn sie direkt dreht, oh, sie bleibt stehen. Dreh, dreh, komm. Wäre ja auch noch gerätzt. Nein! Sehr nice. Komm, dreh, dreh. Dreh, du Fickding. Den Piloten rausballern, aber. Ja. Ja. Kriegst du doch eh nicht hin. Ich freue auch nicht. Hol dir das Medikin. Das Ding macht den Abgang. Oh ja. Ei, sehr. Aber der Pilot lebt, glaub ich, noch. Ich hab mal einen Nathan geworfen. Oh. Ah, der hat jetzt 500, 500 Punkte in, äh, 25 Minuten. No. Das heißt 100 Punkte in 5 Minuten. Ja, ist schön. Das heißt 20 Punkte in einer Minute. Das ist ja gut. Ja. Prioritäten setzen. Ja. Rückt mit äußerster Vorsicht weiter vor. Over. Entdeckung, Granate! Ja. Komm so von hinten. Ah, Headshot. Ist noch einer. Hier ist dein Medikin. Oh Gott. Nee, keine gute Idee. Oh, hallo. Oh, Elke. Bei C. Nein, vorbeigeschossen. Nicht knapp. Oh, Muni leer. Na, na klar. Gelle, zwei Kills, Alter. Jetzt drehst du aber auf, wa? Oh, Schneider. Oh. Oh, man. Noch ein bisschen mit der Flanker rumnuhmen, weil ich da eh nix für hab. Schütz- und Wärmesuchende Raketen hab ich. Nice. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Boah, ich mein jetzt auch mal... Boah, ich mein jetzt auch mal... Ich glaub, da kann ich... Da kann ich nicht mal Tanks mit anvisieren oder so, ne? Ja. Auf jeden Fall schon von dem Spawn krieg ich direkt auf dem Fresse. Komm, geh mal rein! Ich bin der MAD-Drohne. Hey! No, weiss ich was, ne für n fucking Raketen für ne scheiss MAD. Was soll denn das? Ich muss rauskommen. Welcher Panzer? Over. War das hier nicht unsere erste Map, wo wir richtig geile Buggy-Action gemacht haben? Nee, das kann nicht sein. Ach, ich glaube schon. Buggy-Action haben wir Dingson angefangen. Ah ja, so. Ja, genau. Ich glaube, hier haben wir das auch mal gemacht. Wir sind mit dem Buggy immer bei E gewesen und dann haben wir den da drin geparkt. Ah, das war nice. Gott, ich habe auch einen Amos, nichts zu sagen. Ah, sieht man. 2.17. Ey, dein MW-2-Skill. Da hast du nämlich genau die gleichen Stats rausgehauen. Steht halt hier einfach mitten auf der Straße. Dann lassen sich ja hier anschießen wie Freiwild. Na, da war's denn nackes Snoop-Team. Vorallem, gellig. Uhhh. In eurem Operationsgebiet... Uhhh. Müssen du tun, nackes Teammaschine schießen, das Erlander. Ja, dann äh, easy verloren, bis zum nächsten Mal, Kellis, Noob, haut rein. Juhu! Ja, 3,18. Äh, ja, und? Ja, Noob. In 30 Minuten, 800 Punkte. Hey, Thermaloptik für einen Panzer habe ich bekommen. Oh, die ist nice. Ist das das, was du hattest, oder? Ja, ja, Thermaloptik. Ja, also. Ja, heute.